So, und herzlich willkommen zurück zu Secrets of Evermore. Beim letzten Mal haben wir ja von Feueraug erfahren, dass der Vulkan auskühlt. Sie selbst seit 30 Jahren hier festsitzt und sie hofft, dass jemand beim Vulkan uns helfen kann. Die Logik verstehe ich nicht ganz, aber auf jeden Fall gehen wir zum Vulkan und schauen nach, warum der ausgekühlt. Wir sind durch dieses wunderbare Gebiet hier gelaufen, um dann vom Boss doch mal eben besiegt zu werden. Aber ich bin bereit fürs Rematch. Und ich habe auch vorher gespeichert. Du betrittst das Tante Knochen und bereite dich auf dein Ende vor. Schön. Diesmal gehe ich da wirklich aus dem Weg. Dass sie diese Zungenattacke haben, die kleinen Viecher hier, das habe ich unterschätzt. Oh, ich werde jetzt schon getroffen. Beeindruckend. Der Spam ist real. Fickt euch ins Knie. Na, habt ihr schon genauso viel Spaß wie ich? Ja, was? Lass mich gehen. Okay, vielleicht mal heilen müssen. Junge. Die Spiele sind schneller, wohl gar nicht so aussehen. Das ist krank. Kurz mal heilen. Okay, Hund bekommt nichts auf die Fresse. Ich auch gleich. Äh, hier. Oh ja, Hund level up. Einen hat es da zerlegt. Zweite ist tot. Der dritte dürfte auch nicht Geschichte sein. Und? Der Hund trifft einfach nicht. Dann halt so hier. Aber was ist da los? Warum diese Schaden her? Wo ist der Boy? Da. Get fucked von den Hintenblitzen. Oh ja. Alchemie ist eine gute Sache. Und drauf da. Und drauf da. Oh, geht nicht. Ja. Hintenblitzen recht sogar Level 2. Hahaha. Oh, wir haben den Speer erhalten. Neue Waffe. Wild. Ob diese Tür wohl zum Vulkan führt? Diese Tür. Das ist einfach ein riesiger Armutschädel. Danke, dass du die Höllenkreaturen besiegt hast. Sie haben den heiligen Friedhof durch ihre Anwesenheit entweiht. Friedhof? Für was denn? War das die Echsen? Ja. Das waren die Echsenmenschen vom Vulkan. Sie haben den Friedhof angegriffen, um uns mit Knochenteilen auszurüsten. Und wenn wir zum Mitte des Vulkans vordringen, werden wir sie vernichten. Augenbegibst du dich hin? Das ist sehr gefährlich dort. Feuerauge hat uns von dem Plan der Echsen erzählt. Feuerauge? Ich kenne sie. Du musst nichts mehr sagen. Wenn du ein Freund von dir bist, dann weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Auf der Spitze des Vulkans bloß die Schlüssel zur Tür in dem Vulkan finden. Ich öffne dir das Tor. Okay. Soll ich deine Wunden heilen? Ja, bitte. Aber wie genau machen die Echsen den Vulkan-Cats? Und was bringt denn die Eiszeit? Sterben die ich selber davon? Wenn du später verwundet wirst, kannst du meinen Kraft-Hauf verwenden. Ja, bitte. Bitte. Endlich ein Heilungszauber. Du musst nur einen Tropfen Wasser mit einer Wurzel vermischen. Und davon sollte ich genug haben. Boah. Herzlichen Dank. Okay. Zutaten werden gesammelt. Gibt es bestimmt mehr als genug. Hoffe ich. So, los. Suchhund. Nice. Wurzeln. Schön für den Heilzauber. Ich hoffe, wir haben die Wurzel kommen können. Nee. Das ist alles noch ein Renner. Na, wo? Hier. Noch zwei Tropfen Öl. Wunderbar. Hier irgendwas? Nö. Ah, hier. Zeigt mir den Luthund. Sehr schön. Dreimal Asche. Oh, müssen wir aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeug bekomme. Noch dreimal Lehm. Bis da alles rumliegt. In der Vulgauer Boss Area war es überhaupt nichts und jetzt hier so Haufenweise Zeug. Okay, nice. Wie auch kann ich den Heilzauber anwenden. Kraft auch 33 Mal. Nicht schlecht. Und das nächste Gebiet mit Raptoren. Geil. Darauf habe ich ja Lust. Trip. Und die Zutatensuche geht auch weiter. Juhu. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Uh, aber all die Waffen, die jetzt hier alles durchdringen können. Schön, dass es so schwer es auch kann. So, was geht hier ab? Bei mir bis zu einer richtigen Stelle. Für 30 Kreien kann es hier pennen. Aber speichern will ich. Auf Wiedersehen. Was, das war's schon. Ich bin enttäuscht. Naja, gut. So, schätze mal. Jetzt geht's dort zum Vulkan hoch. Noch mehr Wasser. Ja, 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 ja. Bloß gar nicht rumnerven. Scheiß Raptor. Das schlägt schneller zu, als ich will. Erst mal ein bisschen aufräumen. Ey. Lass meinen Hund in Ruhe. Wanda. Immerhin Level Up. Level 9. Weil ich eins hasse, dann Raptoren. Wirklich. Nervige Mistviecher. Was, hier Hund? Bist du sicher? Goddamit. Ich weiß nicht, was da oben sucht. Na. Kölzky reagiert gar nicht. Die Pflanze. Ich bei dem Freakill. Noch ein wenig Lehm. Und ein wenig Raptoren, die mich treten, die Pflanze schubsen. Cool. Halt die Fresse. Hund, mach was. Komm, gib Zutaten. Bisschen Wasser. Na, ist okay. So, was ist hier los? Hier wohnt noch jemand. Die Wesen hier gehen sehr kreativ. Soll sich gut vorbereiten. Wie kann ich dir helfen? Blätter. Oh, wäre eigentlich angebracht. Was macht der Elfenstaub? Aber das war es auch schon. Mehr hatte ich gar nicht. Ist das sinnlos? Können nicht mal ein paar Sachen haben, die wirklich helfen? Zum Beispiel mal eine richtig kranke Waffe. Soll ich ein bisschen sperre ich auf die Dauer anfangen? Mistvie. Ich weiß, wie viel hätte er aus. Oh, ein Blatt. Geht doch. So, was ist hier los? Das ist aber die falsche Richtung, oder? Ich weiß, dass wir hier noch hin müssen, aber noch nicht jetzt. Und das ist auch eine extrem anstrengende Gegend. Ja, jetzt wird vorzeitig hingehen. Ich weiß nicht, was ich will. Na komm Hund, find doch. Hast du es? Schön. Junge. Gut, dass ich jetzt einen Hellzauber habe. Der boxt mich direkt ins Gebiet zurück, wo ich hingehöre. Und ich heile für, wow, 23. Okay, jetzt muss er aufleveln, glaube ich. Dann ist besser. Und... Und ist so ein Bastard. Ich brauche mich auf die gar nicht verlassen. Ich weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht. Jetzt... So, gibt es hier irgendwas? Oh, was? Ach, ich trete vom Höhleneingang natürlich. Bisschen Lehm, bisschen Lehm. Oh, ich hoffe, es wird zukünftigen Welten besser mit dem Sammeln. Weil das schon echt nervig ist, hier ständig zu suchen. Klar mache ich es, weil ich das Armbind aber auf. aber ich bin schneller mit dem sperr kommt es nur so vor springen und springen sehr schön findet er noch hier greift er an halt den befehl anzugreifen oder lust sucht gott sind wir den ganzen vulkaner auseinander schlüpfen müssen na klar geht man nicht auf den sack erst weil ich mich schön heilen und die heilung von verwundbarkeit schon ausnutzen so 15 für jeden und dann hitzeblitz ist wieder so ein bastard die technische blitz ab und trifft hat die schnell auch manchmal angreifen können ist einfach nur klasse riesige hier ich raste aus noch was okay haben wir die nächste höhle habe ich eine wahl musste reingehen junge ja los hol den raptor bastard und weißt du hin bist okay ich schätze mal hier drinnen ab und ich rauskomme jetzt stecke ich doch hier bestimmt im hielen fest ich rauskomme jetzt gleich ich rauskomme jetzt gleich ach g warum warum Mistviecher oh hey die riesige melon ist explodiert wir haben raptor leder halten was zum teufel ist ein raptor leder ist das eine rüstung oder irgendwas tatsächlich für viel mehr abwehr nice da ist doch mal was womit ich arbeiten kann das würde alles so viel leichter machen dreckiges bitte blöds auf geht's und der hund der läuft und läuft und läuft und nichts passiert ja hund kräfte ran und angst level 2 ist er jetzt krass oder was wie verstehe ich das warte mal was genau bringen diese waffen level ich gehe mal aus befinden ich verhalten hier so ich mache das waffen level 2 jetzt jetzt hat diesen ersten chart spalten nämlich genau habe ich mir genau das triggert ich meine der junge hatte ja auch erst äh ein level 2 dienst bekommen oh lol surrender los und mach mal mach mal charge angriff 60 das ist respektabel los und angriff tja soviel dazu das greift nur an wenn sein balken level 2 ist na gut angriff los und mach die kill sehr schön ich finde es war cool dass du dieses level von mir reicht so und wie komme ich dann die items drüben ran und der hund verfehlt ich mache es mir einfach schlamm bombe ich bin trotzdem vergiftet alter naja heile ich mich halt hoffen es müsste mal das griff mich so in der animation killen was mit ein bisschen pech auch wird so was ist jetzt los ja los und kommt so für ein einziges was sind wir auch gekommen cool und jetzt komme ich wieder hier unten raus trotz nur 20 leben oh ja kauft auf level 1 bitte bitte so wenig kann sich ja keiner antun na zutat wo nirgendswo doch hier eine wurzel ok wie komme ich da oben an die items ran das bin ich ja ganz unten warum das denn ha ha deshalb also weil das ding versteckt war was ich eigentlich nehmen muss so leben gefunden verrückt ist das ein witz oh jetzt bin ich ganz hoch gegangen oh ja das spitze des vulkans pah ich würde eben auch die items rechts abchecken was geht ab alter mann mit dem seltsamen knochen hoch was willst du hier oben kannst du uns sagen wie wir den vulkan gelangen in den vulkan nö ihr wird enden mit letztes lagerfeuer bitte sag es der einzige weg den ich kenne führt direkt in den krater oh eben fällt mir noch einer ein der führt durch die katakomben zum zentrum des vulkans ich habe eine höhle gesehen doch ein fels versperrt sie telekinese das ist die lösung in der telekinese formel kannst du felsen andere schwerere objekte transportieren lass mich diese formel geben telekinese du benutzt das für pfeffer und wasser geh am fuß des vulkans nach osten in den sumpf dort wirst du pfeffer finden zutaten kaufen wasser asche lehm wachs nö wo du redig bin ich wachs hat ja klar speichern los spielen auf wiedersehen jo ich äh gieren halt wieder tschüss vielleicht geht es ihm später nochmal um billig wachs zu kaufen wofür sollte ich eigentlich genug zeug haben so habe ich jetzt wirklich alles mitgenommen da rechts oben sind nämlich noch items und die will ich da auf jeden fall auch mitnehmen der rechte weg führt darüber der weg führt hier runter nur sinnlos dann habe ich ja schon alle wege jetzt erkundet also komme ich da wohl gar nicht rüber oder wir kommen da später hin ich will schon fast später hinkommen nah als zu sicher boah jetzt heilt es hier 59 nicht schlecht ich bin nochmal vergiftet der heilaura sind doch kapitel ich brauche mehr wasser ich habe da was getrunken missvieh ziehe ich kriegst direkt mit schlamm bomben ab dafür hier penner los kill das vieh los hund sehr schön guter hund hier nur für dich sehr schön guter hund da will ich noch einmal loben das will aus maul hilf mir hund beide mit einem schlag oh warte mal guck mal da unten ne so ne ich dachte der werk hat sollen wieder so ein geyserteil mit dem ich hochfliegen kann aber doch nicht leider schade drum sehr schön hund so und hier soll ich jetzt hin wenn ich mich richtig erinnere ist das nämlich ein richtig großes areal herzlichen glückwunsch aber das werden wir bestimmt nicht mal in der folge erkunden sondern in der nächsten also bis zum nächsten mal wenn wir den pfeffer suchen für die knese und mal schauen wie groß anja wirklich ist also bis zum nächsten part und bis dahin bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.